Heute sind wir hier in diesem magischen Viereck. Das macht aber gar nichts. Ein paar Waldbewohner sind mitgekommen. Ja, Rasmus, dich habe ich schon vorgestellt. Dann ist ja auch noch Tamara, meine Zauberspinne. Sie kann magischen Regen fabrizieren, aber nur mit eurer Hilfe. Sag, ich sehe undefinierbare Gegenstände unter deinem Sofa. Zwischen dem 8. Mai und dem 27. September wirst du aller Voraussicht nach ein Eis essen. Amen. 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 Liebe Kinder, und dann kann's losgehen. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020